Eines vorweg, diese Oper ist sicher schwere Kost. Wer eingängige Melodien und ergreifende Gesangspassagen erwartet, der wird sicher enttäuscht werden. Diese Oper kann und muss man eher als audiovisuelle Umsetzung der düsteren Romanvorlage betrachten. Unser Resümee des Abends folgt zum Ende des Videos. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schlecht, die Höhle hat eine geile Zeit, und sie glaubt, war das schon gut. Mein Lieber hat doch alles, und mein Lieber schallt. Einer Engel auf der Kanz hat's gepallt, meine Tränen mit den Türchen, es ist mein Haus. Was mir gehörte. Das Blühnehaus von Papad gebaut, Küche, Schlafzimmer, mein Zimmer. Das Blühnehaus von Papad gebaut, Küche, Schlafzimmer, mein Zimmer, mein Haus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020